ja hallo wir spielen heute zusammen eine Runde Betrusser okay das Bett habe ich schon mal gefunden also ist es vorne ich kenne die nicht da warst du gerade ganz kurz in der Aufnahme gemütet sorry an meine Zuschauer okay Team Gelb ist schneller komm hoch 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 bauen ja ich habe keine Blöcke fast mehr ja warte ich mach ich mach ich mach ich mach ich hab 46 Gibt's den Eisen auch da ne ja ich hab von eins okay ich kümmer mich umschwert du warst Bett in App ja ne so ich bin jetzt schnell bei Team Gelb die sind rot ne ja zack du kleiner Pisser du Missgeburt so nein ich war schon am Bett ich hatte es schon zur Hälfte abgebaut schade 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 ich bin da ganz schnell durch gewascht so dann hole ich mir schnell mal ein Schwert und du warst dann nochmal hin so den einen habe ich getötet Spitzsack schnell zack zack ich mach mir direkt mal den zweitbeste Bogen nein die haben schon Bogengrün echt die haben mich einfach runter geschossen mich auch mit 8 Gold oh Gott was sind das denn für Penner lol die schießen aber richtig nice die haben wahrscheinlich schon mega viel Gold und haben den guten Bogen Moment hast du ein Schwert gib mal hier da so komm scheiß Villager gib mir mal gib mir meine Bronze oh Gott dann rufen wir mal ja ausquischen sag erstmal was was oh Gott der da war Sex ich weiß nicht auf jeden Fall dass ich es sehr sehr schnell ich glaub die wollen uns stürmen ich will mir blocken und geh ähm und baue mich an der Seite zu denen rüber oh wie schlecht ich hab's gesehen oh Gott das wär schon mal eine zweite Runde Bad Wars das die ich aufnehme nach vier Monaten ach ich bin okay die haben mich noch nicht entdeckt oh die komm nein fuck okay der eine ist unten höh ah ja egal ich bin auch unten ich bin auch unten ich bin auch unten okay pass auf den Weg links auf den ich gebaut habe nicht dass die da rüber kommt ne ne warte ich höre mir hast du ein Eisen für dann wollte ich mir eine ach komm ich höre mir die billige Spitzhacke und das billige Schwert oh wehe gelb wehe wehe nice ey kennst du die Bad Wars Woche von Paluten? beziehungsweise Monate? ja ich mein ich mein der hat schon noch nie mal der ist schon irgendwie bei die und außerdem die kommen und ja hex ach man der hat hex der gelbe schass nein fuck Grün kommt auch noch aus dem Grund habe ich mir einen Hacker-Konten gemacht ja die Hecken alle Aimbot mit jedem Scheiß, pass auf sind die in unserem Bett? nein die Hecken, geh mal zu dem Typen hin, der hat mir ja die übelste Kombo gegeben ok, pass auf Gelb kommt von Grün-Konten von the side of their life die Bitches, die können nicht mehr ja, ja Nein, du musst nicht überleben hat der auch Hex auf jeden Fall weiß ich, dass er eine Hex hat, der eine, da kann ich nichts sagen Achtung von links, von links, von links ja, der hat auch, der hat mega wenig, äh, Life guck mal, der Typ kommt jetzt denkt sich, ooooh, vielleicht geht die Sonne auf das bleibt noch so Synthese was machst du? Gott, und ich fall schon wieder in den Tod, unabsichtlich, nein Harni, soll mich mal am Arsch lecken ja, ich hab ihn ja, nein, Geld, 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 Geld ich seh's, ich seh's, ich seh's na, oh ja, nein, der, der, nein, kein Nex ja, ich geb, ich geb ihm immer schon wieder, äh, paar Kletcher ja, wir müssen ja, komm ich bin unterwegs oh, der ist da bei uns im Bett ich weiß ja, ich hab ihn getötet ja, wie schnell der will er war schon tot ja, ich hab ihn nice, wie schnell dir das einfach aufgefallen ist nicht ja, ja ich hab nicht sofort aufm Chat auf einmal war er weg und dann hab ich sofort rumgebrüllt ich will nur einen Bogen, mehr will ich gar nicht ich war schnell zu blau nein da kommt wieder ein gelber nein so eine dreckige Missgeburt bitte stirb, bitte äh, unser Bett ist weg da von blau auch ihr scheiß kleinen Pisser ja, ich hab runtergelegt er wollte was grafen er wollte was grafen und ich hab ihn grad runtergelegt hä? wie ist das Bett nicht weg? wo vorn? ach, jetzt Gott er ist delayed grad weiss ach du, just just cookie hack dazu, grün ist nicht mehr da ja, ja, ich hab grad den letzten getötet so erstmal ne gute Waffe kaufen das Dreier Schwert wie, wenn ich jetzt sterbe, ne? ja, Lazo, die kommen ich bin ja schon unterwegs ich hab mir doch schnell ein Schwert gekauft und was und ich wollte nur was zu essen ok, okay schildig schildig ich hab oben hast du das gesehen? aus was für ner Entfernung Michael der getroffen hat? hab ich doch gesagt, der hat Hext und der hat auch Hext ich dachte das war der andere ähm nein, just cookie Moment, Moment Moment ok ich hör mir jetzt ein Schwert und wo ist der hin? blocken ach, als wenn man blockt bekommt man den üh jetzt not back Gott habs okay du bist das mal grad bei mir umsichtbar nice Moment ohja, der Hext ist unten ich würd sagen... jetzt oder nie ja ey fuck jetzt hab ich... oh scheiße ich hab mich vergessen den notbackstick zu kaufen das hätte ich tun sollen Gut, da lag gerade eine Testplate rum. Hat der schon wieder A-Crip? Ah, jetzt aber nicht. Na? Fuck, der hat auch Recks. Wahrscheinlich skypen die. Wieso Scheiß? Lenk den ab. Ja, tu ich. Oh, wie der Atombunker. Das ist zwar der andere Gelbe bei uns, aber... Du kümmerst dich ums Bett, ich kümmere mich um die Typen. Ja, aber die hecken beide, ne? Ja, der eine gerade nicht, weil ich den... Den gerade... Nein, lass uns unser Bett. Guck mal, jetzt? Ja. Fuck, ich seh den gar nicht. Hä, er ballert nur auf mich? Ja, ich seh den gerade gar nicht bei mir. Ja. Geh, geh, geh. Ja, nice, nice. Oh, Leute. Das wär jetzt mal ne schmaue und hast ne gute Runde. Jo. Ja. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.